Der ÖVP-Untersuchungsausschuss lässt an sich geheime Information wieder an die Öffentlichkeit sprudeln. Und das nicht nur zum aktuellen Thema. In von der Presse veröffentlichten Chats geht es ein weiteres Mal um jenen Ex-Mitarbeiter des BVT, der Informationen an Parteien weitergegeben haben soll. Verbindungen soll es laut dem Medium auch zu den geleakten Kleubmüller-Chats geben. Gegen den Mann, der auch Attaché im Ausland war, wird wegen Geheimnisverrats ermittelt. Im Fokus der nun veröffentlichten Protokolle soll der Austausch mit dem FPÖ-Politiker Hansjörg Jenewein stehen, der Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss war. Aber auch andere Parteien könnte der Beamte mit Wissen versorgt haben, so der Verdacht, der von allen zurückgewiesen wird. Laut Presse prüft die Staatsanwaltschaft unter anderem, ob Geld dafür geflossen ist. Auch einen aktuellen Spin haben die neuen Leaks aus Ermittlerkreisen. Denn der verdächtige Ex-Beamte soll Kontakt zu jenem IT-Techniker im Innenministerium gehabt haben, der das ins Wasser gefallene Handy des Kabinettschefs Michael Kleubmüller zur Rettung der Daten überantwortet bekam und stattdessen die Daten illegal abgesaugt haben soll. Diese gelangten schließlich über das Online-Medium zackzack.at an die Medien. Der Gründer von zackzack.at, Peter Pilz, vermutet die ÖVP hinter dem Leak und wehrt sich gegen diesen hergestellten Zusammenhang. Es handele sich dabei um wilde Behauptungen ohne jegliche Beweise. Die ÖVP befinde sich, auch angesichts des aktuellen Untersuchungsausschusses, in einer gewaltigen Schieflage, dass sie eine derartige Gehhilfe brauche, wie Pilz sagt.